Hallo Freunde der gepflegten Haltung, endlich ist wieder soweit Apex Legends und heute mit einem ganz besonderen Video Heute mit Pack Opening Nummer 8, heute mit dem Spezial Geburtstags Pack Opening sag ich mal Ich hatte auch mit meinem Bruder einen 20 Euro Gutschein bekommen für Playstation für den Playstation Store und dachte mir, was machst du damit? Entweder tust du die reinkaschen, die 20 Euro, dass du 2000 Münzen kriegst oder aber hole ich mir die Pathfinder Edition. Ich dachte mir, okay, da hast du 1000 Münzen bekommst dazu, hab dann 2300, da zieht man ein paar schöne Packs und dann schauen wir mal. Aufklagen habe ich schon, danke für den Gutschein Spar, äh, Gönnung. Vielen Dank, ihr Kauf ist abgeschlossen. Viel Spaß, danke, sehr viel Spaß werde ich hoffentlich haben. So und jetzt haben wir hier oben ja noch 2300 Coins und da gönnen wir uns mal 10 Packs, dann machen wir erst mal 10. Ja, wir machen 10 auf. Ja, komm, ich bin wieder ein bisschen geizig. Äh, machen wir erst mal 10 auf, 10 Packs verbleiben und schauen wir, was drin ist. Hoffentlich wieder ein Gold. Irgendwas schönes, wie gesagt, von der Horizon fährt noch ein bisschen was, aber ab geht's. Langsam. Gold, 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 Gön, Gön, Gön. Oh yes. Oh, 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 oh yes. ist ja schon legendär Ltz kucott gefolten können 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 give it was ich die roche sogar spielen da er spielt gestern sehr schön verpackt war und der party gott ready packen war gegen gar nichts da müssen wir heute ein bisschen spielen aber da ich meine geschickte komo die welt der uhr 30 die wir natürlich nicht kommen jetzt einmal sind noch können 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 wo die lehrer wolf nice kann man schon einmal gold noch gold 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 einmal auf lauf geld doch gar nichts das kann ich ja zweimal gold und zweimal gold gold ja bis das tisch drin mit zweimal api einmal gold einmal lecce kommt einmal sollte haben steht 22 ich darf sie sagen noch viel weiter ist ja cool das ist ja mal gemacht keine bewegung jetzt kommt letztes pack letztes pack gold 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 dann einmal blau abzeichen pose herrschensmetalle und ja so na ja damals zweimal ep einmal dabei das das pack habe ich das pack habe ich gekauft das pack netten geilen skin gedanken aber sparung an den gutschein wirken zähne haben wir ja noch drauf 13 vielleicht machen wir dann noch ein kleines opening ich habe es wieder gefallen wir sehen und hören uns beim nächsten mal und bei